Wir brennen! Wir brennen! So Freunde, in diesem Sinne herzlich willkommen zum verrücktesten, krassesten und auch größten Stunt-Event des Jahres. Der German Stunt Week! Heute mit dabei, mein Papa. Hallo! Ich freue mich auf ein paar geile Tage mit dir. Wenn es schon so anfängt, kann es nur absolut verrückt werden. Eingeflogen, straight aus Zypern. Der allerechte Ropas. Der Typ, bei dem ich immer in Zypern die Bikes bekommen habe, ist jetzt hier und genießt mit uns eine geile Woche. Und der verrückteste Typ, mein Mann, der überall drüber schwingt, Robert EXC. Wir machen jetzt eine kleine Challenge. Wir stellen jetzt noch ein, zwei Bikes mehr hin, oder? Was sagst du? Papa, du bist schon da. Du kannst jetzt eigentlich gleich mal deine Suron da hinstellen. Ja. Und der Robert wird da mal schön drüber senden, würde ich sagen. Wollen meine Suron. Stimmt, die ist ja ausgeliehen. Ja. After the Suron, we put your bike there. No bike, let's get it. Und dann deins und dann deins. Wir machen jetzt ein Bike nach dem anderen mehr dahin. Okay. Digga, das ist ja geil, ich glaube, wie weit er fliegt. Da kannst du noch 20 Bikes dahin stellen. Eigentlich könnte man da irgendwo, also irgendwo da hinten so. Vor allem die Rambe ist auch sauschmal. Nächstes Bike. Digga. Oh, 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 oh. Bruder. Was zur Hölle. Wir brauchen mehr Bikes. Okay, Freunde, jetzt haben wir hier schon mehr oder weniger 5 Bikes und die Suron halt. Und Robert knallt jetzt da drüber. Digga, 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 digga. Bruder. Was zur Hölle. Du bist doch so bescheuert. Du bist doch so geisteskrank. Aber war geil, oder? Ja, war geil. Ja, ich mach zum Wasser. EIN, geht einzeln? Oh Gott, ey. Das geht schon. Hab echt gebaut. Oh, die ist ja fast weggerissen jetzt. Alter, da tut eine alles weg was ich da reinsetze. Ich hab zum Glück schon leicht am Sitzen. ich bin der könig also die kette ist ja direkt an meiner hüfte ja ich bin da mit die pistole ist aufgetankt freunde und er schon hier auch wir können jetzt los was machst du denn das ist auch du bist ja ich bin jetzt auch lustig alter was ist denn das wasserspritze schon nicht was alles verkackt wirklich das können wir doch festbinden mit kabelbinder ja wie bin ich jetzt mit kabelbinder mann ich will einfach nur vorwärts fahren jetzt geht halt den druck ich mach ja nichts du fährst du das zeug dazum ich hab ein satzfahrzeug ich kann die bremsen ich kann die bremsen oh die security ist da oh sieg da verwarnung vorweg 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 oh 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 jetzt gibt's ärger oh scheiße dürfen wir nicht fahren damit hier in der area wo so viel fährt jetzt komm ich springe jetzt rüber seid ihr bereit stopp ich hab was halt soo ha 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 ja ja haha das passiert ja gar nix ich bin ja gar nix ich bin lawn da gott gehörter weiter heil Chevy sch disadvantaged heil sch signs gibst einfach meinen hänger jetzt achta achta hab die wait Ich hab immer so drückgetauscht Alter Die Bikes mehr hält Jungs 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 Oh Gott Schau mal Wuh 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 So, Freunde, jetzt machen wir mal einen kurzen Exkursionskurs hier in den längsten Coaster auf dem Event. Ich als alter Mann mache jetzt hier auch mal mit, okay? Ab dem Reifen muss ich im Coaster sein, oder was? Ja, ich bin bei dir. Ich unterstütze dich. Ich bin mental bei dir. Und los! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Sieh! Der war fast safe! Der war scheiße! Hier ist einfach ein F***er Roller mit dem Übersturzbückel. Was? Was? Oh, what the f***? Kannst du noch ein bisschen für mich machen? Du siehst großartig. Junge, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Junge! Was ist der Hölle, Alter? Hier kommt jetzt einfach ein Mann noch eine. Das wäre auch was für dich, ne? Das wäre was für mich, ja. Ich glaube, ich baue meine Rolle um, damit ich auch so Frontflips machen kann. Wahnsinn, Alter! Woher ist denn der? Daher kommt der Frumpf auf. Oh Mann, ey! Wie smooth! Und auch die da sind auch geil. Die haben auch ein Kennzeichen da dran. Der hat 300 Reifen. Oh Gott! Junge, schau mal, wie smooth der da entlang drüftet. Blüder! Die Kette ist einfach 5 Meter lang. Hey, Herr Vogel! Der einzige wahre legendäre 12 Bar Burnout, Mann. Bündest du heute nochmal so richtig einen auf? Ja. Später. Sagst du mir dann Bescheid? Ja. Wir haben jetzt hier diese Wasserpistole, die wir sind hier bekommen. Und wer keine Burnout macht, der bekommt Wasser. Der will es. Aber wenn ich keinen Burnout machen, werde ich die auch nicht vollgestrüft. Oha! Aha! Volltrüffer! Oha, lauf! Machst du ja so ein Reifen! Machst du mal runter, Junge! Nimm den 7ster Sch*** zu rum! Na, Vogel? Hast du das hoffentlich 12 Bar drauf? Dann zeig mir mal wieder, wie er platzt. Alter, Bruder! Junge, vom Reifen ist einfach nichts mehr übrig. Das Heck ist einfach komplett zerstört. Bruder, wie beim letzten Mal. Alles in die Zeit. Alles in die Zeit. Was ist das? Pass auf, pass auf, pass auf! Pass auf, pass auf, pass auf! Der lässt einfach immer fallen! Hä, wie clean auch einfach! Ja, du musst aber auch ganz ehrlich sagen, aus der Höhe fällst du halt auch nicht mehr tief, ne? Digga, er lässt einfach jedes Mal los, oder? Gehen Sie mal vor? Ist da 170 Kubik drauf? Nicht Dreck werfen! Nee, nee! Digga, geht dieser Roller gut? Was zur Hölle? Das hört er gar nicht auf! Nein, saukrass! Der geht ja voll gut! Johnny! 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 Der bleibt stehen! Der soll stehen bleiben! Das geht nicht! Das geht nicht! Warte mal, ich muss da wieder vorfahren! Alter, ja fahr einfach! Ja, fahr! Fahr den Hänger zurück! Das sieht so geil aus! Ich hab wieder grad gelegt! Hey! Stange, hey! Die Stange hoch! Ja, ich könnte sie hoch tun! Ja, dann bleibt sie nicht mehr hängen! Oh, doch! Wir fahren zu dritt! Du vorne, okay? Und sie hinten! Und du bist in der Mitte! Meint ihr, das wird was? Ja, zieh mal so richtig zusammen, okay? Es geht! Es geht! Ja, die ist gut! Ja! Dich hat sich selbst angenommen! Die Batterie! Die Batterie! Die Batterie! Was ist denn? Die Batterie! Es ist alles weggerissen! Nein, warte mal! Oh Mann! Warte halt, warte halt! Warum kommt er denn mit dem Bellen? Schau mal in die Eile! Das wäre die Nummer 1, dann ist der Kuh vorher! Alter! Fahr rüber, fahr mal! Ja, du stehst voll fest! Da hängt sogar die Kupplung so raus, siehst du das? Das ist so dumm! Da ist ein bisschen mehr Schwung! Ich finde es auch geil, dass der Sanitäter auch immer dasteht und filmt! Hälst du fest? Kann ich! Scheidt auf! Boah, nämlich scheidt die Bremse! Bruder! Bruder, du musst doch bremsen! Wir haben einen Chainsaw! Mit der Moped? Ja! Ich schmeiß die nicht weg! Ich schmeiß die nicht weg! Die hört sich komisch an, die hat Lagerschaden, aber egal! Okay! Okay! Bruder, die brennt! Oh Gott! Oh Gott! Bruder, die brennt! Der Bruder da! Der Lager ist hier! Bruder! Bruder! Bruder, die brennt! Mehr! Dicke hast du alles! Wo ist denn der Besitzer? Wo ist denn der Besitzer? Bruder, krasser Typ! Ich glaube, das spricht sich so rum, dass ich das mit fremden Mommels mache! F***! Alter, setzlos! Oh Gott! Was war jetzt los? Oh nee! Oh F***! Oh Gott! Das ist... Das ist... Kolben, oder? Dicke, das kann ich nicht machen! Arma, der geht schon auf! Alter, die ist im Arsch! Die ist im Arsch! Die ist im Arsch! Die ist im Arsch! Vielleicht war es auch der Überlauf oder so, habe ich mir gedacht! Läuft dein Standgas normal? Du hast da so schräg! Dann ziehst du das Öl hier wieder in den Motor rein! Anna, bist du bereit? Ja! Du wolltest ja heute noch mit mir Wheelies machen und deswegen machen wir jetzt hier unsere Zeremonie! Zeremonie, okay? Zeremonie! Sollen wir dir noch kurz erklären, wie dieser Vorgang abläuft oder weißt du wie? Nein! Also... Das steht ja zu spiken! Du musst ungefähr so einen Meter dahinter, auf die Höhe vom Auspuff! Und der Johnny wird dann Gas geben und wir werden dieses Bier öffnen und entleeren! Okay! Und dich dann treffen! Sollen wir noch kurz eine Trockenübung machen, wie das abläuft? Ja! Okay! Also komm mal mit! Also du musst ungefähr so hier hin! Hier! Du musst dich bissel hinknien, so auf die Höhe! Genau so! Genau so! Hallo Papa auf ein erfolgreiches... Auf die Höhe, oder? Was machen wir hier? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit! Okay! Okay! Ja! 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 Ja, genau! Ich spring mir bei drüben und mach mal nochmal drei. Ja! Soll ich noch link weiter machen? Sieht gar nichts mehr! Wo bist du? Du musst raus scheißen, ok? Dann mach ich Aua! Ja, mach ich! Schaffe ich nochmal! Ja!